Du bist nicht real! Los, komm, wir müssen aufstehen. Oh, Baby, 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 komm, ganz kurz. Ich denke dauernd über diese Geschichte nach. Da ist dieses Video, das dich umbringt, nachdem du es dir ansiehst. Julia. In der Sekunde, in der es zu Ende ist, klingelt das Telefon und eine Stimme sagt... Sieben Tage. Du willst etwas wissen über das Mädchen? In dem Brunnen? Was will sie von mir? Diese Zeichen auf deiner Hand bedeuten Widergewohnheit. Julia, was gibst du mir? Julia! Mom, sie ist hier. Julia! Du hast eine Tür geöffnet. Und niemand ist mehr sicher. Julia! 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 Blumen auf dem Kopfkissen, Blumen im Badezimmer. Als wären wir wichtig. Unsere einzige Chance ist, dass wir den Kerl alle zusammen angreifen. Wer ist das? Vielleicht können sie uns helfen. Wir sind hier! Hilfe! Wir sind hier drin! Keine Sorge. Er darf euch nicht anrühren. Die Welt hat sich verändert. Der Krieg, den wir heute führen, verlangt nach einer neuen Art Soldaten.